Nach der Hochzeit von Meghan Markle und Prinz Harry geht der royale Alltag für die britische Königsfamilie weiter. Queen Elizabeth II. besuchte am Montag die berühmte Chelsea Flower Show. Die jährliche Blumenausstellung findet im Londoner Stadtteil Chelsea statt. Fünf Tage lang wetteifern hier die renommiertesten Gärtner der Welt um die Gunst der Preisrichter. Die Royals besuchen die Chelsea Flower Show jedes Jahr. Die Queen selbst verpasste das Gartenevent seit ihrer Thronbesteigung im Jahr 1952 nur zweimal.